Hey! Und willkommen zu einer weiteren Folge Minekraft Badwars. Heute? Auf der, äh, wie heißt die Map nochmal? Ach, keine Ahnung, Alter. Ah, die Karawanen-Map ist das doch. Ah ja, coole Sache. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. He were my diamonds in the sky. Oh, wow. Oh. Ja, ich bin da. Hi. Ich bin Manuel, der Gold King, Alter. Geil. Geil, Alter. So geil. Ja, dann gehe ich mal zurück und gehe ein bisschen shoppen. Denn, äh, das ist How I Roll. Oh, wer kommt denn da? Ja, schön. Bau dich mal weiter rüber. Finde ich nice. Viel Spaß dann gleich, ne, mit dem Bogen in deiner Scheißfresse. So. Tschüss. Lol, genau. Ist klar. Da hat er es einfach überlebt. Was ein kleiner Fratz. Ja. Ne. Du wirst jetzt sterben. Lol. Einfach nicht getroffen. Der war nice, Manuel. Und da habe ich dich. Ei. Na? Macht Spaß? Haha. Oh, da hat er aber ganz viele Sachen hingelegt. Das finde ich nicht so geil. Und er will durchrennen. Ne. Oh. Schatz feiert. Das war nice. Da habe ich nochmal easy gerackt. Ihr seid einfach mal reingelunzt, ey. So kennt man mich auch. Manuel, der Reinlunzer. Nice. Okay. Kommt her. Ja. Ich werde euch alle wegracken. Und zwar richtig heftig alle. Die bauen sich alle zu den Gegnern. Ist das krass. Keiner in die Mitte. Boah. Ich, ich, ich kann jetzt einfach sowas von zerstören. Oh, dann kann ich von dem einen zum anderen. Und wiederum zum anderen. Ja, cool. Weil die sich alle zueinander gebaut haben. Müsste klappen. Ja, hey. Na? Oh, da bist du tot. Das tut mir ja leid. Ist damit weg? Ne. Jetzt aber. Wir haben... Oh Gott, Alter. Wir direkt runterspringen. Anstatt es noch irgendwie zu probieren. Weil du bist ja nicht tot. Du kannst dann immer noch probieren, mich zu töten. Und dich neu formieren. Ich meine, das ist zwar sehr schwer und anspruchsvoll. Aber warum sollte man dann vorher aufgeben? Das ist... Rot ist tot. Na ja, rot ist tot. Geh ich mal hier hin. Das ist gelb. Gelb ist auch... Ne, gelb ist nicht tot. Also er hat zwar kein Bett mehr, aber er lebt noch. Oh, hey. Na? Alles fit bei dir? Ach, scheiße. Ja. Ich trinke mal kurz einen Trank. So. Dann nehmen wir den auch noch. Ja, geil. Geil. So. Zack. Bisschen übertrieben vielleicht. Ganz kleines bisschen. Oh shit. Oh shit. Lol. Ist er jetzt gestorben? Ich glaube, er ist tot. Ja, lol. Weil ich ihn in den Bogen getroffen habe. Wahrscheinlich. Wartet. Ich komme sofort. Das Geile ist halt, die haben auch einfach keine Sachen. Also keinen Bogen oder so. Wie lange hält mein Trank noch? Zwei Minuten. Das schaffe ich. Team tun die nicht, oder? Hä? Hä? Ist der dumm? Ernsthaft? Nice Team. Warte mal. Machen wir mal so. Werdet dann gleich gebannt. Oh man. Ihr lächerlichen Trottel. Ihr lächerlichen... Hä? Was haben die denn die ganze Zeit gemacht vor allem? Hä? Was ist das denn? Was haben die denn die ganze Zeit getan? Hätten die sich jetzt bekriegt, hätte ich es ja verstanden, dass die da nicht in die Mitte gekommen sind. Nice. Der ist schon mal tot. Und der andere ist unten. Hä? Geil. Und er schreibt. Wir sind. Wir singen. Ach, wir singen. Okay. Das, äh, kenne ich ja noch gar nicht. So. Oh, shit. Ganz knapp. Okay. Viel Spaß da, ne? Ach, schade, fast. Oh. Oh, wer ist denn da? Hä? Die sind so stark mit dem Stärke-Trank. Krass. Ah, weißt du was? Ich mach das weg, dann komm ich da an die Lücke. Was für lächerliche Trottel, ey. Was für lächerliche Trottel, ey. Ist er gelieft? Nee. Das ist Bett von... Er lebt noch. Er ist einfach abgehauen. Hä? Weißt du was? Ich komm... Ah, er ist... Er ist zu seinem Freund gerannt. Oh, Mann. Ernsthaft. Was für Opfer. Ey, ihr seid solche Knechte. Wirklich, anderes Wort fällt mir dafür grad nicht ein. Boah, seid ihr erbärmlich. Oh. Oh, ey, sie kämpfen gegeneinander. Oder was? Nee. Er wollte jetzt echt sein... Bett zerstören? Nee, glaub ich nicht. Wenn schon Team bis zum Ende. Boah, seid ihr arm, ey. Ihr seid so... Erbärmlich. Oh, Mann, ey. Ich hab dafür keine Worte. Echt nicht. Vor allem, wie geil das einfach ist. Die Teamen. Und haben nichts geschafft. Also echt gar nichts. Weder in die Mitte... ...zukommen, noch sonst irgendwas. Richtig krass. Naja. Noch ne Runde. So. Da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Wieder mit drei Freunden, die ich mir ausgesucht habe. Der Flocko Bocco zum Beispiel ist mein bester Freund. Guck mal her, Flocko. Flocko Bocco. Flocko Bocco LP. Wow. Der wird ziemlich erfolgreich. Alleine wegen dem Namen. Ah, und der Miene-Michi ist gestorben. Wahrscheinlich beim Bauen, oder was? Ja, cool. Schön, dass du die Blöcke verschwendet. Richtig schön. Und da sterben schon wieder alle. Ach, ist das geil. Es ist so Hammer. Oh. Uiuiuiui. Was machen die denn da? Scheiße. Jetzt haben die natürlich voll den Vorteil. Und ich springe einfach mit runter. Ich dachte mir, ach komm, da sind gerade zwei Menschen gestorben. Ich töne mich mal selber aus Solidaritätsgründen. Nice. Das war aber schon sehr nett von mir, muss ich sagen. So, drüber nachdenk. Oh, shit. Gut, dass ich das eingebaut habe. Ach, Mann. Was mache ich denn jetzt? Tja, okay, okay. Da sind auf jeden Fall genug, um denen zu deffen. Wenn sie das nicht schaffen, dann ist eh Hopfen und Malz verloren. So, dann komme ich mal, ne? Ach, schön. Nice. Ja, komm doch runter. Komm. Weißt du was? Ich habe eine viel lustigere Idee. Hochbauen und dann den... Ja, genau, das wollte ich auch tun. Nice. Oh, das war knapp. Oh, lol. Das war zweimal so heftig knapp. Und er kommt. Er kommt. Als ob der es fast geschafft hätte. Lol. Wie krass war denn seine Spitzhacke? Oder wie scheiße sind denn die Blöcke, die da verbaut wurden? Und ich habe das Inventar geöffnet. Ich muss unbedingt mal... Das müsste ich eigentlich echt mal tun. Ähm, das Inventar umlegen. So wie auch die Wegwerftaste. Ich hatte ja schon oft den Fall, dass ich einfach meine Sachen weggeworfen habe. Na? Wenn ihr euch an die... Vorletzte Ich-bin-behindert-Show erinnert. Wo ich die Enderperle weggeworfen habe. Obwohl ich gerade gegen ein Viererteam alleine bestanden habe. Oh, lol. Lol, hat er den weggerackt. Geh vor. Oder auch nicht. Mach, mach weg. Oh, shit. Nein, er hat die nicht bekommen. Okay, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Nice. Nice. Haltet die fern. Das ist richtig gut. Ich habe jetzt nur keine Spitzhacke. Das ist ein kleines Problem, glaube ich. Ah, komm. Ich baue mich mal rüber, ne? Tschüss. Tja, was ihr könnt, kann ich schon lange. Das kann ich schon so lange, Alter. Gleich kommt eh einer mit dem Bogen und ballert mich runter. Ich habe es geschafft, aber ich habe keine Spitzhacke. Das ist so dumm. Das ist so toll. Ich bin der Mann real aus. Oh, fuck. Oh, shit. Und, okay, er hat's, er hat's. Das war ein bisschen dumm, aber ich rechne auch nicht, damit er es sich direkt schafft. Und wir haben gewonnen. Okay, nice. Das war eine ziemlich aufregende Runde. Haha, er schreibt easy. Ja, gut. Dann, äh, Drecksmates. Was? Warum beleidigt er die denn? Ja, dann bewerte mal den Part und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.